hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf direkt nach dem ticket und ich habe allerdings schon das ticket aus versehen geholt es war ganz of glory ich wollte das tutorial durchspielen nach dem tutorial mein altes spielstand anwählen und das habe ich gemacht angewählt und zack auf einmal stand da sieben die zehn minuten schon gespielt nein na egal jetzt habe ich das ticket und habe mir gedacht jetzt spricht das zwei stunden geteilt das war robot habe ich mir gerade heruntergeladen und man spricht dann gesucht und gefunden und jetzt starten wir es einfach sag genug blablabla dann warten wir noch einen kleinen moment bis er wieder geladen hat und dann werden wir drei runden wahrscheinlich spielen da sind wir mein riesen titan ok und dann wir hier rauf ah da ist einfach mal pull und das war es ich brauche 1020 habe ich ich brauche 1020 habe ich ah den kann ich und den wirst du mal erstmal den herein und das war es dann nochmal gucken Ja, das war es. Hier unten ein Paket mit der Kiste, öftern, Silberliga bin ich, so gut, abholen, 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 und, ich habe gar kein Geld mehr, sehe ich gerade, lol. Ich bin chronisch pleite. Gut, dann möchte ich mal sagen, erstmal schauen wir nochmal in den Einsatz, danach werden wir kämpfen. Oh, das haben sie neu gemacht. 3 Stück, ne, nur 1, schade. 12 Stunden VIP. Hört sich doch schonmal gut an. Den muss ich noch freischalten. Zum Kampf, in einem Schnellkampf, in einem das, was als nächstes frei ist. Und, ich würde sagen, Tastatur breit legen. Wir starten unten mit Fernkämpfer, Fernkämpfer, Nahkämpfer. Das ist doch ein Nahkämpfer, ich dachte, das wäre Fernkämpfer. Hm. Egal. Es soll weg. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Ja. 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 Okay, nochmal. Nein, er hat mich. Ach. Fankämpfer. So, anvisieren. und dann mal jetzt hier hoch und dann mal jetzt hier hoch Das war's für heute. Das war's für heute. Na gut, na gut, gehen wir da hin. Na, wir sehen. Dann laufen wir mal. Oh, okay. Oh, nice. Oh, okay. Oh, okay. Oh, ich glaub, das ist da auch ein bisschen Titan. Da muss ich denn aufpassen. Ja, das sind Titan. Oh, beide beschädigt. Na super. Noch ein Titan. Ich will nicht den Titan haben. Oh, das ist schön. Der ist ganz schnell kaputt. Oh, okay. 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 das waren zu viele die runde haben wir verloren ja gehen wir gleich zur nächsten nutzen wir die drei sachen und kanten wir fangen an mit dem fernkämpfer mit dem fernkämpfer dass wir mit dem fernkämpfer mit dem fernkämpfer wir sind uns Warte doch bis ich schon bin. Oh, klar, du. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Haben die nichts anderes Sieg? Immerhin. Nächster Kampf. Okay, wir fangen mit dem Fernkämpfer. Ja, lief ja gerade sehr gut. Wir gehen hier nach rechts. Ja, das ist doch nicht. 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 Oh, das ist doch nicht. Ja, 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 das ist doch nicht. wobei. Ja, das ist doch nicht. Ja, das ist doch nicht. Es kommt alle mit den Dingern zusammen. Die Titans Erstmal das Ei nehmen Oh Dahinter ist doch einer Rotlicht angewinnen Schnell die rote Flagge noch einsammeln Schau, dass der hier so langsam ist Hmm Wie vor einigen Oh, 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 oh. Ah, missen die Fälle. Ja, gar nicht, gar nicht. Nein, 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 nein. Na gut. Habe ich da was fertig gekriegt? Oh, das heißt, ich kann meinen Titan wieder aufwerten. Gehen wir noch mal zum Titan, werten den nochmal auf. Zack, und fertig. So. Level 2, Level 2, mein Titan ist auf Level 9. Habe keine anderen Titan, okay. Oh. Oh. Atua. A-O-Ninu. Nottes? Sieht witzig aus. Minos. Ah, ging die Hörner wahrscheinlich. Gut. Ich würde trotzdem sagen, das war's für heute. Drei schnell rumgespielt. Und. Ja. Gut. Ticket habe ich bestimmt auch schon. Spiel beenden. Das Ticket muss ich nicht abholen. Muss ich mir nur anschauen. Kann ich mir nur anschauen. Da. Ticket habe ich. Da sage ich mal, Dankeschön für den Versuch schon. Ich würde mich freuen, wenn er beim nächsten Mal wieder dabei sagt. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.